Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jawohl, Herr! Mal gucken, wie weit hat sich die Stadt... Ich glaube, die Stadt hat sich nochmal weiterentwickelt, kann das sein? Nein, die sind wir noch auf Stufe 2, aber sie sammelt die Ressourcen... Langsam für die nächste Stufe... Ja? 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 Ja! Ja, und da ist Gott. So, sie können jetzt aber nochmal safe machen. Ich wusste, dass wir es ohne euch nicht schaffen würden, Gartok. Aber wer war dieser mysteriöse Magier, der das Monster gerufen und die Elfen für alles verantwortlich gemacht hat? Nun gut, ich war es. Es hat keinen Sinn, meine Taten zu verbergen. Ich war es, der Al-Samuel tötete. Aber er ist nicht der Einzige. Große Veränderungen stehen bevor, mein Freund. Und in meiner neuen Welt wird es keinen Platz für euch geben. Was? Das bedeutet, dass Gartok hinter all den Ereignissen steckt. Die Gilde der Magier muss sofort über alles informiert werden. Sie werden herausfinden, wo wir diesen Verbrecher... Ja, in Ordnung. Der Fried ist wiederhergestellt. Folgen wir nun Gartoks Spuren. Ja. Mission beendet. Auf zur nächsten. Ja, zentrales Gebirge. Dorgorf-Feste. In diese Festung hat sich der Verräter Gartok zurückgezogen. Die Gilde der Magier bedauert, dass sie den Übeltäter nicht früher entlarvt hat und schickt Hilfe. Kaiserliche Truppen sind von diesem Gebiet entfernt. Deshalb müssen Streitkräfte der Gilde entsandt werden. Also, wir. Sind das jetzt unsere Truppen? So wie es aussieht, ja. Gartok sieht die Dorgorf-Feste in seiner Strafentgang. Der Verräter muss bestraft werden, bevor er uns wieder entkommt. Leider können die Kaiserlichen drum nicht so schnell reisen wie Magier. Aus diesem Grund müssen wir mit unseren eigenen Streitkräften auskommen. Vielleicht wird uns in der Stadt geholfen. Mhm. Also, wir haben... Ah? Sind schon so gut wie da. ...all unsere Truppen verloren und damit auch... Nun, wir wissen nicht. ...erfahrungspunkte und... Ja. Aha. Nur Vögel sind schneller. Nur Vögel sind schneller. Wir haben aber jetzt zum ersten Mal Reiter. Jawohl, Sir. Wir können uns mal umgucken. Hier gibt es einen Hain. Hier gibt es jede Menge Gebiete. Das hier oben scheint abgeschlossen zu sein. Gehen wir, mein Teurer. Da sollten wir dann erstmal in die Richtung aufrechnen. Nur Vögel sind schneller. Wir sollten aber auch die Wildschweine und die Bären erledigen. Vorwärts. Nur Vögel sind schneller. Hier ist der Steinbruch für die Stadt. Und wahrscheinlich ist hier oben... Hier oben ist Gartoks Festung. Das heißt, den Weg da hoch sollten wir erstmal meiden. Vorwärts. Ja. Na, cool, dass wir jetzt Ritter haben. Auf der anderen Seite. Mit Schwert und Ross. Auch wenn Ritter drei Führerschaft kosten. Aber sie sind verdammt starke Einheiten. Gehen wir, mein Teurer. Ja. Eure Befehle? Also, was Schaden, Leben und so weiter angeht. Ja. Töten! Euer Feind ist mein Feind. Ist mir eine Ehre. Ich gehe. Mit Vergnügen. Mit Schwert und Ross. Jawohl, Sir. Mehr Blut. Komm und die brauchen Level-Ups. Auf euer Kommando. Ja. Holz und etwas Gold. Ja. Ja. Gehen wir. Gehen wir. Ja. Nur Vögel sind schneller. Euer Feind ist mein Feind. Nur Vögel sind schneller. Ja. Das bin ich auch den niederen Dämonen. Gehen wir, mein Teurer. Also ja, weil ich es gerade nicht mehr brauche, geht es jetzt erstmal in die militärische Fähigkeit. Gehen wir, mein Teurer. Und ja, es wird leider öfter Abschnitte geben, wo wir unsere Truppen einbüßen. Nur Vögel sind schneller. Und halt neue Truppen dafür kriegen. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Vorwärts! Hier sollten wir auf jeden Fall alles mitnehmen, was geht. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Oh, es sind Briganten. Naja gut, Briganten. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Wir sind jetzt nicht so schlimme Gegner. Brigantenruinen haben zwei... Vorwärts! ...Garnisons-Truppen und einen Angriffstrupp. Den Angriffstruppen haben wir jetzt gerade ausgeschalten. Und dahinter ist nochmal was. Und hier drüben ist auch nochmal... Also hier können wir ein bisschen Erfahrung grasen. Und... Vorwärts! ...Geld und... Ja, Erfahrung für die Truppen. Vorwärts! Ja! Wir dienen dem Kaiserreich. Mit Vergnügen. Nehmt keine Gefangenen! Ja. Mit Vergnügen. Gehen wir, mein Teurer. Eure Befehle? Das war mein Magier. Egal, ich kann mir einen neuen holen. Ich sehe erstmal wichtiger, die anderen Truppen aufzuwerten. Eure Befehle? So, genau. Ja? Ja! Nur Vögel sind schneller. Ja! Ja! Nahrung, Gold... Ja! Das sollte auch jede Menge Gold sein, oder? Gehen wir! Ja! Und dass wir nicht ganz rankommen. Auf euer Kommando! Mit Vergnügen! Die Goldkiste da trollt uns ein bisschen. Vorwärts! Mit Vergnügen! Oh, Zombies. Nicht gut. Ja? Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Nur Vögel sind schneller. Jawohl, Sir. Vorwärts! Eure Befehle? Ja! 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 Ach, du Weidegüte. Eure Befehle? Vorwärts! Ja! Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Dafür brauche ich eine Armee. Ja! Gehen wir, mein Teurer. Ach, du Weidegüte. Angriff! Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Ja! Wo habe ich das letzte Mal safe gemacht? Okay. Okay. Gehen wir, mein Teurer. Das finde ich nicht so gut. Gehen wir, mein Teurer. Die Odoten werden uns weiterverfolgen, nehme ich an. Okay. Dann erneut starten, bitte. Das können wir überspringen. Ja. Okay. Ja. Ja. Sind schon so gut wie da. Also ja, das Brigantenlager können wir ausnehmen. Können übrigens gleich mal das hier machen. Aha, gut. Sind schon so gut wie da. Sind schon so gut wie da. Gehen wir, mein Teurer. Aber. Nur Vögel sind schneller. Die Untoten da hinten, die können wir erst mal vergessen. Nur Vögel sind schneller. Für die Untoten brauche ich definitiv vielleicht noch Trupp Schwertkämpfer. Und einen Trupp Fernkämpfer auf jeden Fall. Gehen wir, mein Teurer. Wir dienen dem Kaiserreich. Hä? Wir dienen dem Kaiserreich. Wohin gehen? Nur Vögel sind schneller. Mehr Blut. Ja. Angriff. So, alle beteiligen sich bitte. Äh. Ja. Ja. Ich gehe. Eure Befehle. So, das wirft man wieder raus. Hä? Nun, wir wissen nicht. Ja. Nur Vögel sind schneller. Solche Sachen können meine Ferkkämpfer in Sacken. Wögen töten? Nun, wir wissen nicht. Sind schon so gut wie da. Also ja, hätte ich meine alte Armee noch, dann hätte ich mich... Nun, wir wissen nicht. ...ohne Probleme mit den Untoten anlegen können. Aber mit den Trupps da... ...Trüppchen da, das ich da jetzt habe und ohne... ...ordentliches Level... Sind schon so gut wie da. Sind schon so gut wie da. Und dann wär's amruk開始 hin Корb. I ort da. Und dann komm jetzt auch hin.